hallo und herzlich willkommen zu einem neuen oracle hier auf meinem kanal und heute das oracle italien gegen england das finale der em und italien wird hier gesteuert durch keff und ich bin natürlich england so ja das letzte spiel bei der em normalerweise 2020 ist aber 21 ja also was denkt man faul was denkst du wer gewinnt also ich würde mal sagen italien würde ich auch sagen also auch was ein tor wow okay damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet ich wollte eigentlich noch drauf schießen aber gut ich war das selbst irgendwie ein bisschen jetzt also was ein tor ja gut ja also ich tippe die sind eigentlich fast gleich stark nur dass italien halt gut verteidigt ach das ist ganz schwer hier zu tippen ich sag mal ein 2 1 für italien ja wollte ich auch sagen oder vielleicht auch ins alfmeter schießen ja wer weiß ich hätte auch lieber dänemark im finale gesehen ja das geht uns allen so genau das stimmt eigentlich ja grad ja wer hat das spiel geguckt von euch das mit dem laserpointer oder mit dem zweiten ball dass man da alles während des spiels gar nicht aufgefallen mir auch nicht selbst das mit dem laserpointer nicht wo spielt er hin der wollte eigentlich sollte eigentlich darunter ja eigentlich wollte ich mit joshi aufnehmen aber irgendwie ja wir haben jetzt wie viel uhr 1 oder 6 komm hurricane das ist langsam ist oh es leckt ja gut ich glaube ich glaube mir jetzt noch grad black ops runter ist ja gratis wer es nicht weiß ja ist ja in diesem monat gratis hui was war das hauptsache du schiefst du jetzt Alexander Arnold der gar nicht bei der EM dabei ist ja leider das war auch nicht aufquallen eben egal ich weiß gar nicht warum ist der verletzt oder wurde er nicht nominiert oder was ist da los ich glaube der wurde nicht nominiert ich glaube verletzt ist der doch glaube ich nicht oh der macht ja nichts draus ich fasse es nicht ja wenn das hier jetzt hoch geht aus sollte äh hoch ausgehen sollte das spiel das ist das ist ja eigentlich nur zum zu unterhaltung ja aber heute ist nicht mein tag und kev richtig los liegt aber ihr habt ja gestern gesehen im live stream wir waren alle lost oh aber ich spiel es auch nicht wieder so ernst weil ja ist halt das oha oha ist halt das orakel ja das 1 zu 1 hier durch hurricane jawoll also ich spiel hier ein 4 4 2 mit rich ford und mit kane im sturm ich weiß dass er nicht rich ford heißt ist ja nur spaß ja so rasch ford rush ford ich weiß gar nicht gibt es hier elfmeterschießen ne auf dann muss dort hier 90 minuten ausgetragen werden das spiel ja ach das schaffst du schon na weise nicht ach mach net ich weiß dass du das schaffst oh siehst du ein ein pass oh schade ich wollte versuchen mich vorbeizutricksen ich schieße du am nächsten mal einfach lieber ne nein nicht schon wieder kane oh nein juhu 2 1 ach unangenehm das hat nichts zu heißen gegen kev also wer schon mal gegen kev gespielt hat der weiß es gell silas falls du das video guckst oh das ist gut na gut ich hab dann aber auch danach gewonnen äh verloren in der nacht da wo wir noch gezockt hatten ich fand es so lustig wie du da ausgerasselt hast boah ja ich raste immer gerne aus genau wie OP ja aber war schon lustig gut jetzt den hat ja auch komplett ausgelacht da oracles war eigentlich noch nicht so richtig rage aber ich kann schon ja ich sag nur das oracle sparen in italien ja das war auch ein legendärisches oracle naja mal gucken ob es zur bundesliga dann auch wieder oracles gibt ich denke doch schon gucken zwar nicht zu jedem spiel weil das ist ziemlich viel arbeit ach vielleicht so den 2-3 spiel in der woche oder so oder die besten spiele so naja manche oh also heute ist echt nicht mein tag das ist gut für mich vielleicht vielleicht man weiß es nicht joa also ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben was ihr denkt wie das spiel ausgehen wird oder wer die EM gewinnt so ich wollte schon WM sagen aber die WM ist ja erst nächstes Jahr da muss man sich auch erst mal dran gewöhnen das ist nächstes Jahr schon die im Dezember glaube ich ne ja in Katar alter hm lauf doch du Affe alter oh oh nein nicht gut och ok doch gut alter naja gell ok ok weit nach vorne am besten auf Immobile aha der kriegt den Ball nicht die Immobilie solange meine pasta insinien nicht äh fehler macht wie kommt der so leicht an den Ball das ist doch nicht mal oh oh nein da wollte ich doch gar nicht hin das ist gut scheiße oh oh du kommst mir zu viel äh zu oft vor das Tor bei du mit deinem Cain Cain ja ja der Elfmeter da war ja eigentlich auch nicht so äh sollte eigentlich boah oh nein nein oh ich wollte Cain nochmal auch oh schon Halbzeit so schnell geht das ja also spannendes Spiel bisher ja das stimmt zwei Versuche zwei Tore so wir sehen hier Ballbesitz ist eigentlich recht ausgeglichen finde ich zwei Kämpfe 5 zu 4 für Italien Schüsse aufs Tor 2 zu 2 also schon nicht wie sonst immer naja gut eigentlich könnte es ja schon 3 zu 2 stehen hätte ich da nicht vom Torwart gerade die Kaspar äh rausgelassen was Kaspar Schmeichel ja ja ach ja muss ich halt jetzt ein paar Tore machen ja ich muss gucken wie ich spiele da ging oh ah Concentration Alter Lauf da oh was ein Typ so und jetzt in den Lauf sehr schön oh warum macht er den Dings nicht den Trick ich mach den L2 Trick grüße gehen raus an Jasmin ja wollte ich grad sagen ok das war nix das war nix das war nix berati zeig mal was du kannst hier die insinie perfekt oh schöne Flanke die kommt so oh schade aber Eckball glaube ich ja Immobilie ist da der macht jetzt Tor ne der geht nach Immobilien suchen oh oh ok nein sterling sterling insinie sehr schön sehr schön verati jesus ich wollte grad sagen insinie oh ja nein oh man ok mount komm ich muss den Ball doch jetzt noch nicht da kriegen hier gibt's doch gar nicht wuuh wichtig sauber Donnarumma der war nicht schlecht der Schuss oh auch keine schlechte Parade hier oh sehr schön aber hier läuft keiner mit oh oh nein ich brauche ein bisschen Ruhe wie Ruhe ja die Ruhe die Ruhe die Ruhe vor dem Sturm richtig oh lauft doch mal einer mit hier ey jetzt geht's mir genauso was und jetzt hä hä Was ist denn jetzt los? Muss man dich verstehen, glaube ich. Die Gelder sind ineinander gerannt, oder? Oh nein, oder was? Oh! Huiuiui! Huiuiui! Ach! Boah, ich krieg den Ball da nicht weg. Spannendes Spiel hier. Ich glaub, das Spannendste bis jetzt. Aber man weiß es nicht. Kämpfen muss nur einmal nach vorne kommen. So wie jetzt zum Beispiel. Au! Ey, er steht hier fast nicht. Also FIFA lässt sich echt so träge spielen wie im Stream. Naja. Für die, die dabei waren, wissen, wie es war. Oh nein. Ja, ist es in Ordnung hier? Oh! Ah! Super. Super. Oh, ich bin nervös. Nein! Huiui! Ja! Huh! Ein Fehler. Da wird man bestraft. Ich kann den Fehler grad noch nicht mal zuordnen, wo es passiert ist, aber... Ich weiß nur, dass ich auf einmal durch war. Ah, okay. 3-2. Das ist eigentlich schon... Das ist schon realistischer. Hm. Ja, dann sind noch 20 Minuten. Ah, ja. Aber ne, ich glaube, so wird das Spiel hier nicht ausgehen. Ja, aber das weiß man ja nicht, ne? Wie im letzten Video, wo ich dabei war, wo ich gesagt habe... Ey! Komm, wir machen hier mal deutsche Brasilien. Ja. Ne, ne. Auf einmal stand es da wirklich 7-1. Ja. Darf man keinen erzählen. Das gibt's nicht, ja. Ja. Jawoll. Oh, nein. Guter Torwart. Also seine Totskarte lässt sich besser spielen. Pickford. Ich wollte grad doch noch Roma sagen, aber der ist ja... Oh, shit. Italien. Ja, weiß man überhaupt nicht schon, ob der nach Paris geht? Ich mein' schon durch. Das ist mein' schon durch. Dann war's wie Ramos. Ramos. Rambord. Alter, war's ein Team dann. Mit Hakimi. Hakimi ist ja auch durch, meine ich. Ja, das weiß ich. Ach, leck doch die... Nein! Oh! Verdammt. Oh. Nein, Typ, Typ! Ah, herr! Hihi. Okay, jetzt wird's... Ah, gut genug, Tanz hier. Wer war denn das hier eigentlich? Barella. Mein ZM. Ach, bitte, bitte. Komm, wenigstens noch ein Tor. So gut von dir gestartet, so schlecht von mir gestartet, aber trotzdem. Oh, ey, kann nicht passen, ey, was für ein Trottel, ey. Oh, nein, ihn singen aber auch nicht. Oh, oh. Ja! Das gibt's nicht! Wichtig. Ach, wichtig, Alter. Oh, mein Monitor geht wieder aus, perfekt. Das ist gut. Ja, ist nur das, ne zweitmonitor. Achso. Wo das gerade drüber läuft. Du bist grad mal da monitor vom Spiel ausgehen, Alter. Hält ich noch eine Chance? Nein, nein, nein! Oh! Nein! Ja, komm, nein! Okay, 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 okay. Eine Minute, nur nach Spiegel. Zahre. Oh, wieso läuft der da nicht? Oh. Oh! Nein, das ist völlig... Ja! Nein, hau den Ball doch weg! Ja! Alter, was ein Spiel. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und die ganzen Orakels bei der EM. Ich bedanke mich für das Spiel hier. Kein Problem. Und ja, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.